Recht herzlich willkommen zur 36. Folge von Towns, die zweite Runde. Ja, wir sind jetzt hier drinne und machen nix, oder? Ne, das jetzt nicht, aber wir werden gleich was machen. Hier wird zugebaut, da wird zugebaut. Und wir haben letztes Mal hier gepflanzt, das war klar. Wir haben scheiß Happiness auf deutsch gesagt und zwölf Personen sind nur da. Hm, hier ist das Dach zu. Da könnten sich also die Helden daran erfreuen, drei Zimmer zu haben, aber es sind gar keine da. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die auch nicht so zufrieden sind. Rot ist ohne Ende da. Ja, wir können mal gerade nochmal Äpfel fällen. Oder fällen, das ist auch gut, ne? Pflücken. Gucken, was dann passiert. Wie sieht es hier oben aus? Da gibt es auch noch so viele Äpfel. Machen wir dort auch. Passt. Gut, gucken wir unten in den Keller, wie es da aussieht. Da gehen überall Lichter an. Warum dies hier immer noch nicht fertig gebaut wird, habe ich auch keine Ahnung von. Nichts, Torsch. Zwei Fackeln werden da immer noch gebraucht. Haben wir da immer noch keine Kohle gefunden? Hier ist doch Kohle. Sollten wir da buddeln? Das war jetzt gerade die falsche Geschichte. Das ist natürlich vielleicht auch riskant, ne? Komm, lassen wir besser sein für die zwei Dinger. Aber wir müssen ja Kohle haben, eigentlich, oder? Sind ja auch noch tiefer zugange. Keiner, zu viel. Komm schon. Hier, da ist doch auch noch Kohle. Jetzt komme ich irgendwie mit dem Mausrad nicht klar. Achso, tiefer ist es nicht höher. Oh, wir haben hier irgendwie eine Pause drin. Ein Angriff. Von so ein paar Green Slimes und ein Red Slime. Okay. Sollte nicht so das Problem sein bei den Paaren. Wo war die Kohle hier? Da ist auch noch genug da. Da ist aber ein Hopp. Ne, ein Goblin ist das. Sollte auch nicht so schwierig sein. Und da. So, das würde abgebaut werden. Das ist jetzt nicht das Ding. Ich weiß jetzt nur nicht, wo die Treppe liegt. Aber ich glaube, die wird hier sein. Ist das auch so? Genau. So, was ich jetzt noch mir gerade frage, mich gerade frage, sind, was ist mit den Fackeln? Und wenn nicht gemacht. Kohle, Holz, Holz. Und es wird hier gemacht. Ne, da. Aber das ist ja auch machbar, ne? Hm. Naja, keine Ahnung. Wo ist der Schleim oder die Schleime? Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Da läuft einer. Okay. Hier haben wir noch zwölf Leute. Also ist keiner gestorben da dran. Frage, wo die alle sind, ne? Wahrscheinlich unten im Keller welche. Oder wo geht der hin? Jetzt läuft der andersrum. Keine Ahnung warum. Hm. Wo ist er? Da ist er. Und läuft wo jetzt hin? Hier wahrscheinlich, weil da jemand schläft. Und wir hoffen, dass die vorher aufwacht. Ah, da kommt aber schon jemand und haut drauf. Auch gut. Wir können nochmal hier gerade eine Stufe schneller machen. Der grüne Schleim ist auch kaputt. Hier ist jetzt alles in Ordnung. Die Äpfel werden gerade gepflückt. Die Happiness ist jetzt auf 14. Hier oben können wir dann auch noch pflücken. Ist auch noch machbar. Steine sind genug da. Ja. Hier ist noch dreimal was zu machen. Hier ist ein paar Mal mehr was zu machen. Hier haben wir nichts gemacht. Hm. So, jetzt sind sie immer noch am Äpfel pflücken und Birnen. Alle machen das nicht mit, aber einige. Obwohl, es sind schon relativ viele, die da pflücken, ne? Es sind vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Leute sind hier zugange, würde ich sagen. Neue waren es, glaube ich, oder? Spiel auch keine Rolle. Hauptsache sie pflücken. So, da ist noch ein Baum zwischen. Der müsste noch, oder der ist vielleicht auch nachher erst die Birnen reif geworden. Das kann auch sein. Oder schon wieder. Das ist natürlich auch möglich. Ich gehe immer fast davon aus, dass dem so ist. Jetzt geht es hier oben wahrscheinlich weiter, ne? Warte, wir können es ja daran sehen, ob da unten noch blau markiert ist. Und da ist nichts blau markiert, dann wachsen die da schon wieder. Gut, hier geht es weiter. In der Hinsicht, dass hier die Äpfel jetzt gepflückt werden. Wie sieht das denn mit der Happiness aus? Zehn, also schlecht eher. Die Nacht ist da. Das hat geklappt. Liegt ja auch zwei da hin. Ne, der leichte nur einen, nein. Hier einer zwei. Auch nicht. Eins. Er hat zwei hingelegt. Karabane kommt. Weiter laufen lassen. Happiness ist elf. Nicht so dolle. Da ist noch was drin. Es hat was gejingelt. Ach, so ein Held ist gekommen. Wow. Wollen wir wahrscheinlich genug zu essen haben. Jetzt fehlt uns hier die Karawanen. Da kommt sie. So, dann können wir reingucken. Sitzt. Ja, vielleicht sollten wir da was kaufen. Der kauft uns Äpfel ab und den Bambus da, oder was das ist? Das Zuckerrohr ist das, glaube ich. Äpfel Pie. Banana Bread. Das ist alles Essen, ne? Ah, die nicht. Die, ne, die Birne auch nicht. War auch Blödsinn, ne? War genug von. Nehmen wir mal alles an uns. Das Mehl auch nicht. Rollbrat nehmen wir auch. So, Mea Raw Food Barrel. Nehmen wir die drei auch. Den haben wir selber. Das haben wir auch selber. Jetzt nochmal kurz gucken, was da weg konnte. Der. So. So, wir können auch anders klicken, ne? Oder wir haben das mit Shift, ne? So, das wird eine Schlepperei ohne Ende geben. Und probieren lassen wir mal da. So, machen wir. Und dann sollen sie mal das rüber tragen, ne? Ja, wird eine Weile dauern, aber... So, ich habe jetzt das Essen mal gekauft, um zu sehen, ob es daran liegt, wenn man die Vielfalt beim Essen hat, ob da die Happiness steigt. So wie es aussieht nicht. Sonst würde sie jetzt hochgehen, oder? Jetzt bringen die die Äpfel hoffentlich da alle hin. Und die Bären natürlich auch. 116 und 130 ist natürlich reichlich, aber das ist jetzt mal einfach so. Das Brot ist schon aufgebraucht. Macht jetzt wahrscheinlich keiner. Der Held, weiß ich nicht, Flames Attack hat der gehabt. Ach, die holen sich das Essen gerade hier raus. Auch nicht schlecht. Omelette. Wooden Graves, die haben wir auch schon da liegen. Wusste ich gar nicht mehr. Ja. Aber jetzt wird auch Brot gebacken noch weiter, ha? Genau so ist es, alles klar. Das ist jetzt nicht so schlimm. 119, 130. Und so kommen wir mit mehr. Kein theoretisch wäre es sich nicht, dann hier eine Lagerhaltung aufzubauen. Da passiert jetzt gerade wieder nichts mehr. Na ja, okay, lassen wir es so. Da wird jetzt ausgetauscht. Kommt immer mehr von hier. Ich glaube, der Pilz lag da eben noch nicht. Ja. Gut. Komm, ich denke mal, solange der Karawane da ist, machen wir hier mal Vollgas. 103 zu 130. Kommt der nächste Pilz hingelegt. Was macht die Happiness? 15, okay. 15 ist immer noch. Essen wird variabler. Fleisch ist da. Fleisch ist da. Ja, es wird ewig dauern, bis die Karawane weg kann, oder? 88 zu 130. Naja. Oh, hier ist das Getreide gleich abgeerntet. Wir haben so sechs Brote, aber okay, da liegt auch noch Getreide auf der Erde genug zum Verarbeiten. Aber wir müssen aufpassen, dass das nicht zu wenig ist, ne? Aber es wächst gerade frisch nach. Okay, dann passt das wohl. Gut. So, wir haben die Fackeln bestimmt immer noch nicht fertig, ne? Wo waren die zu machen? Ah, die fehlen ja immer noch, ne? Building an der Construction, super, ne? Vielleicht wird das mal fertig, ich weiß es aber nicht. 74, 130. Tut sich hier diese Kuh oder ein Bulle göttlich an unseren Nahrungsmitteln machen? Nein, ne, oder? Ich schätze mir, der weiß noch nicht mehr, was ein Ei ist. Zucker, den schlägt er jetzt auf. Nein, macht er natürlich nicht. Gut. Die laufen wie wild rum. Um die vielen Äpfel und Bieren dahin zu bringen. Natürlich reichlich noch, ne? Vor allem, die liegen ja gar nicht mehr, ne? Wo sind die denn alle? Alle hier oben noch? Da passt dir irgendwas nicht. Die haben sie zwischenzeitlich wohl schon aufgegessen, ne? Dann machen wir das nochmal so. Hm. Hier können wir das auch nochmal so machen. Da ist aber nicht so viel drauf. 54, 120. Ob die Äpfel und Bieren, wenn die zu lange liegen, vielleicht schlecht wären? Also weggehen? Das könnte auch noch sein, ne? Habe ich nie darauf geachtet, weil... Sind ja vielleicht doch einige hier, ne? Schwinden die von alleine mit der Zeit? Verfaulen die? Schwierige Frage. 48 Bieren noch. Fünf Brote. Sind die Fässer schon hier angekommen? Nein. Wer ist die Milch? Ein zweiter Held ist aber gekommen. Weil wir wahrscheinlich genug zu essen haben, ne? Happiness geht trotzdem nicht hoch. Ja, haben wir da eigentlich gesagt, dass sowas gebraten werden muss? Ist das hier? Naja. Wo ist der Gröll? Oh, schon lange nicht mehr dran gewesen. Machen wir mal alles auf eins und fertig. Ist gerade Pause wieder dran, ne? Sieht so aus, oder? Ein erneuter Angriff aus der Unteretage. Zwei grüne Schleime. Wollen wir uns keine Sorgen drum machen. Wie sieht's aus? 34 Bieren, 117 Äpfel. Ja, Fleisch ist jetzt reichlich da. Äpfel und Birnen sind hier auch schon wieder am Baum. Und ich glaube, da können wir schon wieder so eine Abernteaktion dann machen. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, ob hier was von alleine verschwindet. Das interessiert mich jetzt noch. Da sind ganz viele Äpfel, da gucken wir mal. Ich habe fast die Vermutung, dass die auch von alleine verschwinden. Wenn die zu lange liegen oder so, keine Ahnung. Über Nacht kommen die Dachse und essen die auch. Könnte auch sein. Die haben ja bestimmt auch Hunger. Da ist einer weggegangen. Ich habe es gesehen. Die verschwinden von alleine mit der Zeit. Das heißt, wenn die nicht eingesammelt werden. Wenn die nicht eingesammelt werden, dann verschwinden die von alleine. Da unten ist irgendein Viech. Keine Ahnung, was das für ein Muscleman ist. Warpik oder was stand da jetzt? Hallo, bleib doch mal stehen. Warpik. Okay. Okay. Steht gerade alles. Und es gibt einen neuen Angriff. Und der ist ein bisschen größer. Aber ich glaube auch nicht so wild. Da schweben schon zwei Geister wieder rum. Naja. So ist es halt. Ja, nur noch 110 Äpfel. Aber ich sage mal ganz einfach so. Für die Folge soll es reichen. Ich denke mal, dass ich es noch laufen lasse vielleicht. Und ja. Wenn nichts passiert, passiert nichts. Und wenn, dann merkt das nachher. Wenn da einer gestorben ist, weil wir gerade einen Angriff haben oder so. Dann sehen wir das auch. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. 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 Ich bin slow. Untertitelung des ZDF, 2020